Urlaub auf Ibiza in Pinkelnot vor dem Surflehrer Am Strand kann Jenny ihren Blick nicht von dem gut aussehenden Surflehrer Mark abwenden. Der attraktive Blonde betreibt eine Surfschule, in der sie sich voller Lust anmeldet. Leider verdirbt ihr die prall gefüllte Blase zunächst den Spaß, solange bis Mark darauf aufmerksam wird und ihre Not in das heißeste Erlebnis ever wandelt. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de